Wir heiraten aus Liebe. Seien Sie nicht blöd. Liebe ist nicht nachhaltig. Werdet ihr akzeptieren, dass die Ehe tot ist? Was ist das? Das ist eine App. Siehst du, die grünen Tage sind die fruchtbaren. Du hast eine App von meinen fruchtbaren Tagen auf deinem Handy? Hi. Ist es zu sexy oder bin ich zu sexy? Hey, Fanny und Xander haben sich für morgen angesagt. Wie kommst du auf meine Schwester, wenn wir über deinen Penis reden? Hi. Wisst ihr eigentlich, dass Noah und ich ausgewählt wurden, an einer avantgardistischen Dokumentationsstudie über die Ehe teilzunehmen? Die Ehe wird schon immer verglichen mit dem Gefängnis. Ich schnarche. Deshalb habe ich mir angewöhnt, ihm ein Kissen aufs Gesicht zu legen. Sie hat versucht, mich umzubringen. So eine Ehe, wir scheitern täglich daran. Ich glaube, dass er meine Schwester ficken will. Lebt sie hier? Ja, und sie trägt nur ganz selten BHs. Wenn Sie von einer offenen Beziehung reden, wie oft schlafen Sie mit anderen Menschen? Immer. Das ist eine natürliche Konstante. Die ganze Zeit. Das gehört zu unserem Leben, würde ich sagen. Nimmst du die Drukodon, weil du mit Fanny zusammen sein willst? Ich brauche Skandal. Das ist mir alles zu kli. Scheiß doch auf diese Blutsaugerin. Du magst. Wie, sie hat sie auch. Bei uns hat sie es ja auch probiert, Fanny. Ja, ich weiß. Was können wir dagegen tun? Alles Gute zum Hochzeitstag. Ich habe mehr als sechs Jahre meines Lebens damit zugebracht, zu recherchieren. Ich liebe dich, Noah. Wichtig ist, dass wir zwei immer zusammen sind. Ich liebe meine Frau. Ihr benehmt euch alle wie nach einer Gehirnwäsche. Gehirnwäsche. Untertitelung des ZDF, 2020